Ein herzliches Hallo von mir an euch. Weiter geht's mit einer neuen Folge RoboCop Rock City. Also das Spiel macht mir super viel Spaß, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt auch so und wird nicht irgendwann vielleicht repetitiv oder so. Aber aktuell macht es mir super viel Spaß. Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Hier hinten ist ein Tor, aber das ist zu. Waren wir hier schon? Nee. Da ist trotzdem der Wachmann drin. Ich war doch das Funkgerät, oder? Ja, hier war ich doch. Oder? Ja, klar war ich hier. Er hat richtig die Orientierung verloren. Okay. War ich nicht da drüben? Ja, okay, die sind miteinander verbunden. Ja, okay. Gut. Wir waren hier. Und ja, da ist es. Hier ist noch was. Ein offenes Tor. Vielleicht. Tada. Kein Platz für noch mehr Heim. Was haben wir denn hier verbuddelt? Was haben wir denn hier verbuddelt? Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Sag mal so, die Musik sagt mir immer noch, ne? Es war noch nicht alles. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Wollt ihr doch erst mal gucken, dass hier niemand von der Seite kommt. Oh. Das war ein kleiner Jumpscare. Zumindest für mich. Okay. Okay, das Polizeiabsperrband hat ihn jetzt an Louis erinnert. Ich habe keine Waffe mehr ausgerüstet. Ist wohl doch vorbei jetzt. Oh yes. Flashback incoming. Maximal geheilt. und kann keine Heilung mehr mitnehmen. Ich erschrecke mich trotzdem jedes Mal vor diesem Glitch. Okay. Fehler. 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 Gut. Warum ist das gerade gruselig? Ich weiß gar nicht, warum. Es ist irgendwie gerade gruselig. Gott sei Dank ist draußen noch hell. Nur drüber müssen wir. Also gucken wir erst hier. Hat sich doch gelohnt. Gut. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr heilen. Aber ist es nicht immer kurz nachdem ich so einen Glitch habe, ist die Mission vorbei. Aber ich habe doch in dem Gebiet noch so viel zu erkunden. Dann kriege ich doch eine schlechte Bewertung. Wehe. Ich erschrecke mich jetzt hier. Wehe. Ah. Oh, ich habe eine neue Platine für meine Waffe. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn mit 2,000. Na gut, Kopp. Jetzt wissen wir, dass du hier nicht verlassen kannst. Du auch nicht. Hey! Du schraubst mein Leben wieder. Ich mag es nicht, als Kopp blanderen. Kopp bedeutet Probleme. Und Probleme mich schützt. Also, das ist deine Schuld. Mach das, was du willst. Aber bald die Kopp... Nein! Kein Kopp, der hier noch nicht mehr kommt. Die Polizei, offiziell, nicht zu irgendwelchen. Von dieser Bereich. Das bedeutet, dass wir ein Verkauf? Als du, dass du viel zu arbeiten kannst. Wir sind Vulture. Du brauchst Karrieren. Wir sind auf der Arbeit. Kein Problem. Und als für Ihre Toile. Würdest du gerne mit uns joinen? Ein guter Offer. Seilig unsere Kontrakt in Blood. Aber ich prefer... Gäste... 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 Wie geht es? Wir machen... ein bisschen... Hunting. Gäste... 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 Und ich weiß... Gäste einen Ort. Gäste... No, no, and we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces. And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. I'm in the Meinung, die hätten's ruhig noch ein bisschen leiser. Was ich sagen wollte, die hätten das ruhig noch ein bisschen leiser synchronisieren können. Also ich glaube nicht, dass das an meiner Einstellung liegt, dass die Sprachlinien teilweise so leise sind. Weil jetzt gerade ging's ja auch, aber in dieser Cutscene gerade, du hast sie ja teilweise kaum verstanden. Also ich hab sie mit Headset jetzt gut verstanden. Aber wenn ich mir überlege, ihr guckt es auf YouTube über den Fernseher, dann hört ihr das überhaupt nicht, was die gesagt haben. Also das ist ein bisschen schade. Ich meine, wir haben zum Glück ja Untertitel und können dem ja trotzdem folgen. Aber das ist nicht so richtig gut abgemischt bisher. Aber vielleicht ändern sie das auch noch mal ein bisschen und justieren noch ein bisschen nach. Hier geht's nicht lang. Hier irgendwo hoch. Hier hoch wahrscheinlich. Da bin ich auch runtergekommen. Okay, und das mit dem Glitch ist jetzt auch Geschichte. Also, wir haben jetzt ausgeglitscht, sozusagen. Was höre ich denn da? Daaah. Daaaah... Daaaah. Daaaah. Schießt der um die Ecke oder was? Macht der hier? Oder doch nicht, ich hätte gedacht, er hat was geworfen. Ich habe mich ganz schön erwischt hier draußen. Was ist die Leiter eigentlich, sind wir die schon mal hoch? Hier die Aufgabe haben wir bald geschafft, das ist gut für die Bewertung. Was war das denn? Oje, das sieht gerade nicht gut aus. Sind alle oben, oder? Das Problem ist hier drüben, wir schießen auf die Motorräder und ich fliege in die Luft. Da ist doch einer! Sieh das doch! Oh! Oh! Also das fand ich ja jetzt ein super Service. Jetzt ist die Tür offen. Wir durften da tatsächlich gerade einfach noch nicht durch. Einer ist hier noch. Ich habe einen Fertigkeitenpunkt, den ich vergeben könnte. Aber vielleicht machen wir das in einer etwas... In einer etwas früheren Minute, würde ich sagen. Sie haben die Guts? Komm schon! Sie lieben unseren Platz in der Nordwesten. Sie sind die Hubschrauben und die Operationen der Hubschrauben. Und ich sage euch jetzt, da gibt es viele. Und wir lassen uns nicht vergessen, die anderen in der Nordwesten. Es gibt noch die verrückte Drogen, die wir von diesen... ... schlussischen Puppen haben. Jetzt sag mich, das ist nicht etwas, was dir interessiert? Wir haben noch Nebensachen. Das ist aber auch dort... Ne, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen anscheinend eh dort hinten lang. Warte mal, hier geht es nicht hinter. Das ist wahrscheinlich auch hinter dem Tor, oder? Und ich finde natürlich schön, dass er mir gesagt wird, er hat einen Hinterhalt quasi vorbereitet. Ich habe mal kurz geguckt, was die Zeit sagt zu der Folge. Oh, hier sind Minen! Ohne mich! Ich hoffe, ich laufe nicht in irgendeine Mine rein. Ja, hier ist noch mehr Heilung drin. Kann ich nicht mitnehmen. Eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit hier mit meiner Robocop-Sicht laufen. So treffe ich halt nicht. Die machen schon mehr Schaden hier muss ich sagen. Es war zwar jetzt noch nicht wirklich so eine ruhige Minute, aber ich brauche mehr Panzerung. 102 Meter ist halt in die komplett andere Richtung, ne? Ich weiß gerade nicht so richtig, mache ich Main-Quest oder versuchen wir Leben-Quests? Was ist denn bei Gegnerz? Irgendwo? Ich sehe sie nur noch nicht. Das ist halt echt blöd hier, ne? Wenn du irgendwie blöd läufst, einen Schritt rückwärts machst, zack in die Mine. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die machen echt Schaden. Oh, bisher habe ich das Gefühl gehabt, ich komme echt gut klar. Aber... Aber... Es hat sich geändert. Aber... 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 ... So zeigt sich der Typ dann jetzt nicht mehr... ... Oh. Das ist wieder ein Radio. Das ist wieder ein Radio. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das willte. Oh, jetzt ist eine Tür dahinter. Hm. Eindringer. Also sind hier Leute dahinter? Hm. Aber ich glaube, das haben wir jetzt gerade wieder nur gefunden, weil wir jetzt, wir haben doch gelevelt, dieses Deduktion Level 2. Sonst hätten wir das hier wieder überhaupt nicht machen können, glaube ich. Okay. 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 Ich glaube, der hat dort so eine coole Waffe, oder? Nee, es gibt mir die Waffe. Sieht gut aus. Okay. 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 Okay, dann gehen wir erstmal hier rein, weswegen wir auch hier sind, nämlich wegen dem Drogenvorrat. Ist es wirklich eine Falle? Oder werden wir jetzt einfach nur so aufgeheizt und am Ende ist da einfach gar nichts? Ähm, ich würde aber sagen, das lassen wir uns mal bis morgen. Kleiner Cliffhanger, wenn auch nur ein kleiner. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Äh, freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Ich bin auf jeden Fall da. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye!